Hier sehen wir die Pool-Landschaft, das Maginzeichen der Leuchtturm. Die Leute sind hier schon alle schön am Handtücher verteilen. Man muss früh aufstehen, sonst kriegt man keinen schönen Platz hier. Hier, wenn ihr die Reihe durchschaut, waren schon alle Reservation, sind schon alle unterwegs gewesen. Hier unten ist der Grill, das ist das Spezialitäten-Restaurant italienisch und Grill. Und hier drüben sind die anderen Blätter. Hier oben ist noch eine Bar, da geht es zur Rezeption und hier ist das Haupt-Restaurant direkt oben drauf. Und da werden wir dann frühstücken gehen.